So, dann spielen wir mal... Oh, spinnt. Oh. Alles klar. Und... Ja. Fangen wir mal an. Ähm... 50 gegen 50 gibt's wohl nicht mehr, ne? Dann machen wir mal Solo. Wir machen mal chillig eine Runde Fortnite. Hm, geht auch mega lange. Oh, jetzt. Okay. 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 Los geht's. Hm. Hm. Ich schau mir das mal an. So in der Nähe. Ich bin mal halbwegs dort wo ich wollte. Aber egal. Wir haben nichts zu verlieren. Den Gegner hier. Okay. Okay. Gute Nacht. Ich bin gleich RIP. Ich bin gleich RIP. Okay. Glück gehabt. Nice. Wo ist... Oh, ich bin noch in der Zone. Alles klar. Ja. Er war von mir nix besonderes. Ich bin nicht so... ...gut in Fortnite. Wie kommt... Wie bückge ich mich? Achso. Okay. Nix weiteres mehr. Okay. Bis jetzt mega still. Nix. Ernsthaft. Mal be laufe. Ja, hier müssen wir wieder. Verwachen wir den Ort. Wie ist das? Musik. So, wie gehört es? Hallo! Was. So, wie ist das? gespannt jetzt wird es langsam gefährlich was ob hier niemand ist das kannst du mir doch nicht erzählen oh mein gott schicken von leben alter was ist das oh nee nicht das heilige scheiße also 2 kills was ist da los kilian passiert da was wenn ich da runter was ist das für ein geräusch was hat das gemacht habe ich jetzt mehr kraft oder oder was ist das jetzt sorry leute ich spiel nicht so oft fort mit dem fliegen mit dem fliegen schade und wo schade schade mutter schade glück ja glück so flavours ja du rein schade Entschuldigung!